hallo und willkommen zu unserem zweiten spieltag der voodoo launch der morticians gilde gegen moneyball also die union gilde zu gast auf dem friedhof der spooks diese auch dann anstoßende mannschaft und ich bin nicht alleine hier ich habe neben mir einen weiteren kommentator den sebastian hallo du bist der trainer der badger gilde die vorangegangen spiel gesehen haben und wir schauen uns jetzt mal dieses duell an was hast du für erwartungen an das spiel nun ich möchte mir meine kommenden gegner erstmal anschauen gespannt was sie so auf dem platz zaubern werden dachte eigentlich schon ich wäre zum falschen tag gekommen also viele zuschauer haben sich nicht eingefunden hier wenn man sich so umguckt casket ist gerade noch dabei einen weiteren sarg zu nageln nicht sehr viel los hier während sich die juni erst mal verhalten auf höhe des tors aufzustellen scheinen sind noch ein bisschen unsicher auf den füßen jetzt gehen sie geschlossene informationen an die startlinie und scheinen bereit für das spiel zu sein es gibt noch ein bisschen unsicherheiten die spooks haben noch nicht verraten wer den anstoß durchführen soll vielleicht wollten sie deswegen nicht also für die zuschauer haben weil es hat ihn unterm rock versteckt so ist das also gut der juni wird noch gestattet sich da etwas nach zu positionieren und jetzt wird der anstoß hier ausgeführt gegenüber von silence sehen wir direkt mist sollte er ein leichtes sein für mist den ball einzufangen und seinem team oder zu spielen das ist schon mal eine sinnvolle positionierung ja sei es genießt aber den heimvorteil und weiß wo er den ball hinzuschießen hat und schießt ihn direkt gegen die geruft und so dass er nicht sehr weit weg rollt aber ich denke mist macht sich bereit und auch die anderen spieler werden sich darum bemühen schnell nach vorne zu kommen ja da habe ich keine bedenken mist ist an so flinker bastard der rennt dreimal um die luft und spielt den pass zurück ohja vor allem wenn er noch seine rauchbombe dazu wirft dann wird er gänzlich unberechenbar beide teams eigentlich relativ ausgewogen der aufstellung her man kann jetzt bei keinem erkennen dass sie eher auf das sogenannte prügelspiel setzen oder eher auf schönes fußballspiel sie haben sich beide für alle möglichkeiten offen gehalten ja interessant ist dass das team moneyball auf seinen bewährten kapitän setzt auf den guten alten piraten bleikard während die voodoo lounge mal wieder ihren neuen kapitän aufs feld führt und der menge präsentiert ja skalpel hat auch im ersten spieltag bereits gespielt da auch sehr erfolgreich rage scheint sich einmal mehr unter blackhard unter zu ordnen was ist dafür ein schlag oder wort abtausch gab was weiß man nicht genau doch blackhard scheint sich noch durchzusetzen und coin ist auch noch mit dabei ja ich habe das gefühl irgendwas ist ein busch also ich habe den rage wenige tage zuvor schon in anderen teams spielen sehen der ist sehr umtriebig im moment versucht überall öffentlichkeit zu erregen und geld zu verdienen das passt eigentlich nicht zu ihm ja kürzlich erst bei der brewers gilt auch dabei gewesen ähm mal gucken vielleicht macht er seinem namen tatsächlich irre und rastet aus aber noch scheint er sich etwas zu fügen und geordnet beisammen zu halten so jetzt sind wir aber nun soweit mist ergreift die initiative und ja wie schon gedacht da fliegt die rauchbombe qualm in der aufstellungszone und mist springt nach vorne ist direkt schon am ball mit einem großen satz aber wohin jetzt der abschlussspieler selbst wenn er den ball holen muss dann ist die torgefall in dieser runde natürlich reduziert das ist der nachteil an diesem definitiv ähm erstmal ein sehr vorsichtiges spiel miss zieht sich sehr weit nach hinten zurück sucht einen anspielpartner blackhardt ein bisschen weit weg um einen genauen pass durchführen zu können überlegt dann den ball erstmal zu decimet zu spielen und das geht aber ganz daneben ja ungenau aber nicht zu weit weg decimet ist in der nähe kann ihn vielleicht ja decimet kriegt ihn so gerade eben noch großen ausfall schritt genau kann sie noch kontrolle über den ball gewinnen aber das war schon ein recht unsauberer start ja vielleicht ist misst noch nicht ganz in form ich frage mich auch vor wem meine angst hat wo er so weit zurückläuft naja ja gut silence kann schon durch seine stille präsenz recht furchteinflößend sein ja auch da werden schon die ersten wurfgeschosse eingesetzt und desto mehr brennt heiße sohlen brennt aber rage von neben decimet vom anschreien sichtlich trotzdem unbeeinflusst ja ich bin mir nicht sicher ich denke dass die flammen werden ihm schon zu schaffen machen die werden ihn ausbremsen also der schwung ist erstmal ein stück weit reduziert der schwung ist reduziert und es ist aber auch schwierig hier mangels fans irgendwie unterstützung zu finden das ist dann auch decimates antwort darauf mein schwung ist reduziert etwas diesen wind aus den segeln genommen ich überlasse den ball meinen team kameraden ja auch der ball nicht sehr genau aber er findet irgendwie noch sein ziel ich habe den eindruck die union ist doch etwas beeindruckt von der umgebung und von dem spiel hier auf dem stillen friedhof ja man möchte meinen dass sie eigentlich sowieso nicht so viele eigene fans haben aber überhaupt keine fans beim spiel dabei zu haben quasi ist dann doch ungewohnt fast wieder in der grundaufstellung ja sehr verhaltene rangehensweise doch der vogel findet ein neues plätzchen um ausschau zu halten auf den grabsteinen ja der vogel ist ja häufig ein unglücksbote vor allem wenn er zusammen mit seiner meisterin mit kostet auf dem platz steht dann verheißt ein naher vogel in der regel nichts gut nein das ist tatsächlich kein gänse kein gutes omen und die beiden haben auch noch ein paar schöne tricks auf lager wieder ein ungenauer pass also rage ist jetzt auch nicht der begabteste am ball aber das kleine stückchen sollte man doch eigentlich hinkriegen und wo er den ball hinschießt ist echt erstaunlich oh ich glaube blackout wird überhaupt nicht erfreut sein ne da werden doch noch einige sachen in dem rooster verändert werden müssen ja was nun rage knirscht mit den zähnen knirscht mit den zähnen ist er überlegen ob er den mit dem ball herrennt nein er entscheidet sich dann doch lieber sich seinem eigentlichen können zu zu wenden gegner verhauen ja er sucht gegner in der mitte des feldes vielleicht auch mal ein bisschen mehr dominanz jetzt an den tag zu legen als die ersten zwei drei spielzüge ein vorsichtiges nach vorne wagen von bouncer auch abwartend was es sich für was ich für gelegenheiten möglicherweise eröffnen der ball etwas weit weg etwas außer reichweite noch oder will die union etwa auf den ball verzichten in sicher ablegen aber das sehen die wenn auch gleich wenigen fans nicht gerne wenn der ball doch so weit hinten liegt das ist dann auch wirklich kein schönes spiel ja blackout entscheidet sich die sache selber anzunehmen ja dann muss es der chef höchstpersönlich übernehmen gehts schneller ich bin wirklich überrascht jedes mal wenn ich ihn sehe welches tempo der pirat in seiner schweren rüstung aufnimmt ja nicht zu vergleichen mit dem alten corsair der doch mit seinem holzbahn eher langsam ist ja richtig doch der chef schafft es den ball zu seinem ja man möchte nicht sagen lieblings tierchen aber zu seinem eigenen schatz herüber zu spielen wer weiß da ist sind sachen generell sicher aufgehoben was machst du das kosset da rage scheint abgelenkt zu sein er taumelt auf sie zu er geht auf sie zu was hat er vor ja da bin ich mal gespannt was da gleich noch entsteht die schlange versucht den ball weiter zu bringen aber auch die ist einfach nicht in der lage diesen ball unter kontrolle zu bringen es scheint hier wie verhext und wieder springt der ball nach hinten meine lieben leute das ist die falsche richtung okay sie sind es einfach nicht gewohnt mit dem ball umzugehen so gäst nimmt den schwung stürmt auf rage zu jetzt kommt bewegung ins spiel oh weia was hätte rage besser unterlassen ja das war nicht so clever nach vorne zu taumeln mal sehen ob man dem ansturm statthalten kann aber in der regel geht das nicht gut aus wenn der gute einmal schwung genommen hat und der gegner rein prallt dann geht man noch schnell zu boden und genau das passiert ja rg zu boden der ganze schwung von garst war zu viel konnte zwar verletzungen vermeiden doch ist keine sehr vorteilhafte position am boden ja jetzt muss der nächste spieler der union ran und den ball holen jetzt hat ihn im grunde jeder mal in der hand gehabt oder am fuß gehabt wo soll er nun hingehen nach vorne okay ah ne ein pass zurück auf coin aber der lande diesmal sicher na es geht doch coin gut im empfangen nicht gut im passen selber und galpel auf der anderen seite stürmt ebenfalls auf rage zu beziehungsweise das sieht eher nach einem joggen aus ja da nimmt die sache seinen lauf ja da werden erste schnitte hinzugefügt und weiter geht's mit einer anatomischen präzision schlitzt sie da stück für stück an dem rage herum jeder schlagantreffer der arme rage der muss kochen vor gut und mit erstaunlicher ausdauer joggt sie jetzt sogar noch wieder zurück kann das sein kann das sein so ein tempo ja ganz schön bewegung in kürzester zeit das macht uns blackheart natürlich auch schwer irgendwann mal an den anderen captain heranzukommen ja das duell wird sich etwas ziehen aber mal schauen was er vielleicht noch überraschendes leisten kann der rauch lichtet sich etwas auf der einen seite mal gucken wer nun die initiative ergreifen wird die spooks ein bisschen besser in das spiegel startet ein bisschen mehr schwung vermutlich jetzt in die folgenden aktionen vielleicht sehen wir auch gleich die schlange als spielmacher glänzen führt den ball noch tief in der eigenen hälfte aber da wird er ja wohl nicht bleiben aber am ersten spieltag hat flask schon ein erstaunliches ergebnis erreicht indem er mallet vom spielfeld befördert hat mal gucken ob die schlange hier vielleicht gleich ziehen kann oder eventuell ein tor schießt hat die schlange jemals ein tor geschossen? ich kann mich nicht erinnern ist es unmöglich? nein, es wäre eine sensation wäre auf jeden fall eine sehr interessante situation oder ein sehr überraschendes spiel aber Mist scheint schon das Tor in Auge zu fassen Mist winkt Mist möchte den ball haben ja mal gucken ob er den auch schnell genug bekommt aber noch trotzdem ein recht überlegtes rangehen ans spiel die jungen obwohl sie den ball empfangen haben müssen hier einen gewissen rückstand schon wieder aufholen ich mache mir Sorgen um den guten Rage umzingelt von Feinden einer wie wild kreischenden Furie auf der einen Seite und einem umso schweigsameren Riesen auf der anderen ja und liegt immer noch am Boden es wird auch noch Chemikalien auf ihn geworfen und das ist nicht gerade schön für den Spieler da überrascht es einen nicht so sehr dass er sich nach neuen Verträgen umschaut ja er wirkt da ein bisschen alleine gelassen aber ich glaube das wird das werden die schon auf der das werden die schon im Blick haben die werden ihm schon Unterstützung zu kommen lassen ja dass Black damit einen Plan hat ist klar aber ob der Plan auch Rage gefallen wird ist eine andere Frage du meinst die besten Freunde werden die beiden nicht mehr? ja schauen wir mal ich bin auf jeden Fall auf die nächsten Aktionen der Union gespannt Blackheart selber einen schnellen Ausfallschritt zur Seite und ne er lässt tatsächlich Rage alleine und wendt hinüber zu Silence oh das wird für blöses Blut sorgen das wird für blöses Blut sorgen Anstimmigkeiten im eigenen Team sind nicht immer von Vorteil eher selten und Silence kriegt aber die erste Schelle ab so ein Breitschwert kann gefährlich sein aber wir werden sehen ob das Früchte tragen wird noch Scheinzeilen ist einigermaßen unbeeindruckt aber er hat ein paar Risse in seinem Kleid normalerweise Blackheart ein herausragender Stratege großer Kommandant ja aber jetzt eher emotional gesteuert und noch immer liegt der Ball tief in der eigenen Hälfte da werden Befehle gebellt doch nur Decimate ist bereit diese auch anzunehmen bzw. wird von diesem beeinflusst die anderen Seite die Spooks haben eigentlich einigermaßen schon das Spiel unter Kontrolle und können sich etwas Zeit lassen und haben ihr Opfer direkt vor der Nase Allzu viel ist aber auch noch nicht passiert Allzu viel ist aber auch noch nicht passiert Allzu viel ist nicht passiert Also ich würde, dass die Moneyball dann noch nicht abschreien Naja ich hoffe auch auf eine schöne Aktion der Moneyballs um das Spiel in Schwung zu bringen aber jetzt rennt diese schreiende Wilde erstmal auf den Rage zu und das hat gesessen Das tut auf jeden Fall höllisch weh und ahhh sie lässt nicht nach da kann er nicht mehr viel mitmachen noch steht er oder? das wird ihm wahrscheinlich den Rest gegeben haben das sind ja Bursche aber es war doch zu viel Naja die Sanitäter werden angewiesen ihn vom Feld zu tragen und damit die ersten Punkte für die Spooks für die Voodoo Lounge Decimate folgte Befehlen des Captains Vielleicht ist das auch eine Art Flankenverlagerung die er da geplant hat und sich vielleicht garst und kostet zusammen mit dem Captain Scalpel dort nicht gewachsen gesehen und hat den Schwachpunkt der Voodoo Lounge auf der linken Flanke ausgemacht Ja, es ist definitiv die etwas schwächere Flanke wenn sie sich da mit Gewalt durch Arbeiten eine Lücke schaffen könnte mit einem cleveren Passspiel von Coin zu Mist und danach eine schnelle Bewegung von Mist vielleicht der Vorsturm zum Tor gewagt werden Ja Es würde mich doch sehr überraschen wenn Black hat da einfach seinen Emotionen nachgeht ohne einen großen Plan So kenne ich ihn nicht Decimate fügt weiter Schnitte hinzu Silence nunmehr in Lumpen gekleidet Auch ihn kennt man so eher nicht Doch er hält sich immer noch Statt auf den Zuspruch der Fans zu hoffen nimmt hier Decimate das lieber selbst in die Hand Ne, da kommt ein Gegenschlag von Silence Der Mann wehrt sich Er wehrt sich Er nimmt das nicht Kommentarlos entgegen Er teilt selber aus und uh, Decimate schlägt daneben Man sieht, war das auch nicht die große Stärke des Manns in Rom Da kam auch nicht viel bei rum Decimate macht weiter Ja, da sind sie in so einem Duell jetzt momentan gefangen Sind wir gespannt, Garst als nächstes Da hätte Black Hart sich sicherlich gewünscht dass Rage den guten Garst noch etwas länger beschäftigen kann Aber dem ist nicht der Fall und er schickt Garst den nächsten zu Boden In dem Fall die nächste Decimate Liegt nur zu Füßen von Silence und Bonesaw Wie eine Walze Kommt Garst über das Mittelfeld Aber Black Hart Oder was gegen Siles Ne, Decimate Ne, Decimate kriegt noch einen Schlag ab und äh Der ist aber eher harmlos So, Minks scharrt auch schon mit den Hufen Wird sich wahrscheinlich auch noch schnell in den Kampf begeben wollen Und Coyne immer noch im Ballbesitz Mist auf der anderen Seite Winkt immer noch Will den Ball haben Vielleicht stürmt Minks aber auch über die linke Flanke Nimmt sich den Ball Da ist Raum Minks ist eine schnelle Spielerin Wenn sie einmal davon gelaufen ist Dann ist sie auch nicht so leicht einzuholen Vielleicht nutzt man diesen freien Raum da auf der Seite Ah, aber sie scheint sich jetzt der Cosset zuzuwenden Jetzt wo Garst sich etwas abgesetzt hat Ist Cosset alleine dort Das könnte eine Schwachstelle geben Oh, da schlägt sie einfach daneben Ob sie da über die noch herumliegende Pfütze gestolpert wird Ausgerutscht ist Und dadurch ihren Schwung verloren hat Jetzt hat sie sich gefangen Und Hackt mit ihrer Axt auf die Arme Cosset ein Noch mit eher mäßigem Erfolg Und im Hintergrund lauert Scalpel Sucht ihre Gelegenheit schon zum Gegenschlagen Ja, ist wieder zu ihrem Ausguckt quasi zurückgelaufen Immer wieder nach vorne springend, zurückweichend Vogel wie Schlange Noch nicht sehr aktiv am Spiel Auch das wird sich sicherlich bald ändern Jeder Spieler ist gebraucht Auch die Maskottchen Und so Geht auch Decimate an In der Mangelung des Balls In der Mangelung des Balls Vertreibt er sich die Zeit auf Decimate zu hauen Aber er weicht einfach nur zurück Er pariert quasi ihre Reaktion Weicht zurück Und Wartet weiter ab Eine neue Rauchbombe in der Aufschlungszone der Union Was ist denn da? Mist stürmt ohne Ball nach vorne Sehe ich das richtig? Ja, er ist sehr Ungeduldig geworden Aber was genau das zum Ziel hat Er schließt sich mir noch nicht Skalpel auf der anderen Seite Hat nun das nächste Ziel gefunden Die drei Damen Aber ich glaube das ist kein Kaffeeklatsch Den sie da veranstalten Oh nein Nein, nein, nein Das wird doch sehr schnell sehr persönlich da Aber die drei Furien schreien sich auch nur an Verschiebt sie noch einmal Ja, jetzt ist nämlich auch der Gas noch in Reichweite Mit einzugreifen in den Kampf Mit zu unterstützen Oh, das tut aber auch weh beim Zugucken Das kann Mings nicht lange aushalten Das wird nicht lange gut gehen Die schlanke Dame ist nicht die Stabilste Sie haben förmlich einen Mosh Pit da in dem Zentrum gebildet Ja, aber jetzt löst sich Skalpel wieder Und Ja Gibt sich zur Seite Verweigert die Flanke ein bisschen Und Hat vielleicht dein Auge auf den Ball geworfen Ganz genau Zwingt damit die Schlange Vermutlich vor ihr zu fliehen Ins Niemandsland Wer möchte sie dem Ball auch zuspielen Denn das Mosh Pit Das wäre schon Ein sehr riskantes Spiel Ja, aber Vielleicht könnte sich dadurch Ein Spieler aus dem Mosh Pit etwas lösen Dass sie bewegt sich erstmal Richtung Seite Versucht hinter Mist her zu kommen Aber Mist ist einfach zu schnell Ich denke den Ball zu halten war in dem Fall auch die richtige Entscheidung Die Präzision im Passspiel die man braucht um in so einen Nahkampf rein zu spielen Die geht der Schlange dann doch eher ab Und da ein interessantes Manöver Der Vogel fliegt etwas zurück und plötzlich ist Kosselt neben ihm aufgetaucht Was ist passiert? Die beiden haben da wohl einen Einen ziemlich interessanten Trick einstudiert Wodurch Kosselt sich einfach auf dem Spielfeld verlagern konnte und jetzt Mit auf die ursprünglich von uns vermutete schwächere Flanke rüber gewandert ist Und nun sind Decimate und Blackheart da doch ziemlich in der Falle getappt Und Rage reibt sich die Hände sollte man meinen Ja, da könnte ein Kettenposten frei werden Apropos Die Sanitäter zeigen an Die Behandlung schlagen an Die Spieler kommen wieder ins Spiel zurück Rage und Minks wieder spielbereit Irgendwie muss doch der Ball jetzt mal zum Stürmer kommen Mist wartet, er winkt wieder aber hinter dem Haus Ich glaube die Schlange kann ihn nicht sehen Ja, ob die Schlange ihn überhaupt versteht Dann sollte er Blackheart signalisieren damit der seiner Schlange Bescheid gibt Doch der scheint zu beschäftigt mit seinen direkten Widersachern Ja Wenn der gute Gas direkt vor einem steht Dann wird es dunkel Dann hat man andere Sorgen Oh ja Aber insgesamt doch recht schweigsam da in der Ecke Aber es tut sich momentan nicht so viel Da könnte man doch mal parallel in das andere Spiel schauen Was noch gerade läuft und zwar die Hunters Guild gegen die Brewers Guild Genau genommen die Jägermeister gegen die Dortmunder Union Schalten wir doch mal rüber zu unserem Kollegen und hören mal rein wie es da läuft Oh, es ist unglaublich Oh Mann, das ist der Wahnsinn was hier passiert Fahrrad schafft es tatsächlich den Taken Out gegen Hooper zu erzielen Ich hoffe das kriegen wir gleich nochmal eingefangen Die Stimmung tobt, ja, es kocht hier in der Arena Und das lässt sich Tepper nicht gefallen Ja, es ist wirklich wahre Poesie Poetry in Motion Tepper probiert den kleinen Rachefeldzug gegen Teron Teilt da ordentlich aus Lässt sich da, die schenken sich nichts die beiden Und probiert hier seinen Mitspieler nochmal ordentlich zu rächen in dem Moment Und seinen gesamten Frust an Teron, an dem Hunters Captain auszulassen Und da sehe ich es gerade, da kriegen wir es nochmal in die Wiederholung Da sehen wir es, Fahrrad, ja, das süße kleine Kätzchen Wagt sich da, pischt sich an, Hooper ran Und da sehen, oh diese Grazie, Wahnsinn Trifft ihn da wirklich eiskalt, ja, erwischt ihn auf dem falschen Fuß Oh Mann, das muss man sich mal auf der Zunge vorstellen Und, oh Mann, da fliegt er einfach weg, ja, das ist einfach so viel Schwung Da kann der starke Hooper nichts entgegensetzen Und da wird er vom Feld gebracht Unglaublich Oh, und da sehe ich gerade in der Zwischenzeit Tepper, ja, hat ordentlich seinen Haken ausgepackt Hat Teron ordentlich eine Breitseite verpasst Und, ja, langsam beruhigen sich die Gemüter Das Spiel nimmt gerade etwas wieder strukturiertere Züge an Und wir schalten zurück zu den Spooks auf dem Friedhof So, erst interessante Ereignisse beim anderen Spiel Also es scheint da auch sehr spannend zu werden Und nun nach Flask im ersten Spieltag Hat sich Farhad mit in die Hall of Fame der Maskottchen eingereiht Und parallel laufen hier jetzt Rach und Mings wieder aufs Spielfeld Die Sanitäter haben das Freisignal gegeben, dass die beiden wieder einigermaßen zurechnungsfähig sind Und da hätten wir vielleicht auch Anspielpositionen oder Anspielpartner für die Schlange Die zwei Meter weit kann die Schlange sicherlich auch noch schauen Ja, schauen schon, aber passend Wir haben es vorhin gesehen, dass das nicht ganz so gut funktioniert Ja, nun, ja Aber es sind gleich zwei Anspielpartner Also wenn man in die Mitte zielt, sollte ja einer den Ball bekommen Die Union haben ihr den Ball gegeben Jetzt müssen sie auch irgendwie damit klarkommen Es gibt auch immer noch die Option, ihr einfach den Befehl zu geben, den Ball liegen zu lassen Und andere Dinge zu tun So, sind wir mal gespannt, was nun passiert Sieht er sich so aus? Ja Blackheart Er flink wie ein Wesel, ich kann mich nur überholen Er bewegt sich wie ein Schatten Trotz der schweren Tanzraum, die er treibt Ja, weicht er einfach den beiden stillen Genossen aus und wendet sich Bonesor zu Versucht das Fußballspiel für die eigene Mannschaft voranzutreiben Indem er den gegnerischen Fußballer aus dem Spiel nimmt, aus der Gleichung nimmt Dann gibt es auch erste Treffer Na, den Schwung nutzt er eher zu einem kleinen Manöver näher heranzukommen Ja, tänzelt ein bisschen Aber vor allem beschäftigt er einfach Bonesor und lässt somit die Flanke frei für seinen Stürmer Vermisst Der braucht nur noch den Ball, der Junge Na, auf der anderen Seite Scalpel scheint eine Chance zu wittern Mit Gas die Initiative ergreifen Der Ball etwas exponiert da in Reichweite zu verschiedenen Spielern der Voudolange Doch Scalpel Platziert sich vorerst In der Mitte des Spielfelds Und lässt ihre Strippen tanzen Was passiert da? Wie? Durch Hypnose Die Juni bewegt sich auf Scalpel zu Verrückt Decimate auf dem Boden liegend rollt sie auf Scalpel zu Blackheart wird rangezogen Sogar die Schlange samt Ball Und da haut die Scalpel auf die Arme Decimate ein Das sind aber auch tiefe Schnitte, die sie hier zufügt Das muss weh tun Und auch Decimate hat schon einiges einstecken müssen Mal schauen, wie lange die jetzt noch mitmacht Das Momentum spricht doch mittlerweile für die Totengräber Das Publikum würde toben Also die Totengräber sind hier in ihrem Element Also die Atmosphäre tut ihnen anscheinend gut Sie sind sonst wohl eher abgelenkt von den tobenden Massen Und auch hier wieder das altbekannte von Scalpel Das Vor und Zurück Als Coach von Meet Magic bin ich natürlich sehr gespannt Wie sich die Totengräber nächste Woche bei mir im heimischen Stadion geben werden Ja, deshalb Exklusive Konkurrenzbegutachtung hier Da wird auf jeden Fall mehr Stimmung herrschen Ja, ich bin auch mal gespannt Also Scalpel und Badia Affili Sehr ähnliche Rollenverteilung Ja, durchaus Da gibt es Parallelen Beide doch Fans von Aufschlitzen Und eventuell Schuhe kaufen Ja gut, nach dem Spiel ist alles erlaubt Während des Spiels möchte ich Konzentration sehen So, und hier konzentriert sich Decimate nach wie vor auf Silence Sie hat den kläglichen Rest des Schwungs ihrer Mannschaft aufgenommen Um sich aufzuraffen Und setzt nun Dem Silence endgültig zu, dass auch Er vom Feld getragen werden muss Die ersten Punkte für die Union hier Und vielleicht der Beginn eines Comebacks Endlich schlägt die Union zurück Hat man Silence einmal in den Fängen Dann sollte man ihn auch aus dem Spielfeld begleiten Oh ja Der kann Sehr sehr eklig das Spiel beeinflussen Sie atmet noch mal tief durch die Decimate Er holt sich etwas von den Strapazen, die sie erleiden musste Auch wieder Da huschen die Blicke der verschiedenen Spieler der Voodoo Lounge zum Ball herüber Der Ball erreichbar ist gegast Und Decimate sitzt wieder auf dem Boden Kein Interesse am Ball Lieber sein Werk zu Ende bringen, denkt er sich Ja, ich meine Die Totengräber bringen nun mal gerne Leute unter die Erde Und wenn sie schon zu Hause spielen, haben sie es nicht so weit Und er versucht weiter Sowohl Decimate als auch Blackheart da In dieser Ecke zu binden, festzuhalten Ja, probiert er jetzt einen Schlag gegen Blackheart Das sieht danach aus Und auch Blackheart wird nun zu Boden geschickt Jetzt ist sein Tag endgültig ruiniert Die Laune sinkt Oh ja Wenn sie jemals irgendwo hoch war Ja, leichte Unstimmigkeiten der Trainer am Spielfeldrand Doch Ist nicht zu machen Blackheart liegt am Boden Garst Türmt über den beiden Spielern der Union auf Und Aber so ungünstig das Momentum aussieht Für Team Moneyball Wenn sie sich auf ihre Stärken, auf das Fußballspiel besinnen Dann ist dieser Rückstand schnell aufzuholen Also noch haben sie den Ball Mehr oder weniger glücklich eventuell Da waren vielleicht die eine oder andere Chance den Ball abzunehmen Doch noch haben sie ihn Aber es wird der nächste Spieler in den Pool geschmissen Auch Bonesaw ist das nächste Ziel Wurde auch vorher schon mehrmals Angegriffen Und Minks Rasend Trifft ihn Die trifft ihn Bonesaw Bis bald schon mal ein etwas unkonzentrierter Spieler Ist ja erstmal richtig im Spielzug angekommen Ist ja schwer zu treffen Aber gerade zu Beginn kann man ihn schon mal auf den falschen Fuß erwischen Genau, er hält meistens Ausschau zum Ball Bis er die Initiative ergreift und dann Sobald er den Ball hat Vorzugsweise Aber auch so kann er sich etwas besser konzentrieren Momentan zu fixiert darauf den Ball irgendwie zu finden Dass er sein Näheres Umfeld gerne mal vergisst Ja, der Vogel kräht ihm vielleicht jetzt hier ein bisschen Aufmerksamkeit zu Ob es hilft Er hat Mist einen Nahkampfgegner auf Augenhöhe erhalten Ja, so wie der Mist über das Spielfeld fliegt auch Colin scheint sich Richtung Mist zu bewegen Ist der Befehl nun endlich durchgekommen den Ball rüber zu bringen Ja Die Schlange nicht die Beste am Ball doch Ich glaube der Grundgedanke ist gut Ja, den Ball langsam mal nach vorne bringen sollte den Moneyballs doch helfen Auch wenn dieser Ball nicht gelingt und der Pass nicht ankommt Ja, er ist nicht präzise, doch kommt er im Endeffekt dann Coland bei Mist an Er kann ihn sich mit einem kleinen Ausfallschritt doch unter Kontrolle bringen Und jetzt bin ich gespannt So mit Mist den Turbo Dann ist das Spiel wieder ausgeglichen Wie sieht die Reaktion der Morticians aus? Versuchen sie das Ballspiel zu verhindern oder Da bittern sie neue Chancen mit den gerade erst wieder reingelaufenen Spielern Denn ganz fit sind die ja nicht Richtig Ja, letztes scheint der Fall zu sein Cossett stürmt da auf Minks Der Unglücksrabe in der Nähe, das verheißt nichts Gutes Cossett und Minks hatten wir dieses Duell nicht schon? Ja, die kennt sich da aus, sie weiß wo sie hinschlagen muss Jetzt noch mit der Unterstützung von Bonesaw und ihrem Haustierchen Noch ein eher verhaltener Schlag, verhältnismäßig für Cossett Vielleicht ist sie doch noch ein wenig angeschlagen Da kommt ein Gegenschlag Minks versucht sich zu wehren Und der sieht schon ein bisschen beeindruckender aus Als der ursprüngliche von Cossett Ja, Minks scheint sich besser erholt zu halten Ja, aber Cossett steht noch und schlägt weiter zu Und das ist es schon wieder für Minks gewesen Nicht ganz fit zurück aufs Spiel, schnell in den Kampf eingegriffen Und auch schnell wieder aus dem Kampf rausgenommen worden Ja, da hat sich mein Eindruck cool doch als falsch rausgestellt Vielleicht wäre sie doch besser noch etwas länger in den Händen der Sanitäter geblieben Oder hätte sich ein ruhiges Eckchen gesucht Ja, manchmal versucht man den Gegner lieber schnell zu überrumpeln Aber das kann auch genau so schnell nach hinten losgehen Mist, tänzelt am Ball Was versucht der Wo ist er denn? Ah, auf der anderen Seite des Vogels ist er aufgetaucht Rennt Richtung Tor Und solche Dinger verwandelt er normalerweise im Schlag Ja, da ist er eigentlich ziemlich sicher drin Kein Verteidiger in der Umgebung Genau, er kann sich alle Zeit der Welt lassen Und da ist der Treffer das erste Tor für die Moneyballs Und damit ein ausgeglichenes Spiel Sie sind zurück im Match Und wir sind mal gespannt Was die Moneyballs jetzt aus diesem Schwung, den sie daraus bekommen Noch alles veranstalten können Ein Schwarm Ratten trägt den Ball nach vorne Bis ins Mittelfeld Zuschauer zum Anstoßen haben wir ja nicht so viele Wo kamen die denn her? Der Ball liegt Mutterseelen alleine in der Mitte des Feldes Es juckt wahrscheinlich Mist schon wieder Da hin zu stürmen Das ist eine gefährliche Position Andererseits steht aber auch Scalpel sehr aussichtsreich Zum Ball Oh ja, und auch sie ist nicht ganz ungeschickt am Ball Und sie bringt die nötige Geschwindigkeit mit Um mit dem Ball bedrohlich zu werden Zumal sie optimal von Garst abgeschirmt wird So, Bounzer Gleich Leichte Unsicherheiten im Vorhaben Ein bisschen Diskussion zwischen den Trainern Doch schafft es Bounzer sich durch die Lücke zu quetschen Zwischen Cosset und der Gruft Und sich dann auch Decimit und Blackheart zuzuwenden Er wird eine Attacke gegen Decimit wahrscheinlich durchführen Aber für die beiden definitiv eine überraschende Ankunft des Spielers Auch noch in diesem Pulk Sie hätten wahrscheinlich eher damit gerechnet, dass er weiter weg rennt Er stößt sie fertig Da stößt er Blackheart weg Decimit wird mitten im Pulk behalten Das scheint das nächste Ziel der Totengräber zu sein Ja, sie isolieren sich ihre Gegner hier Ja Cascade fängt schon an das D in den Sarg rein zu schnitzen Jetzt kommt Rage Ja, er ist noch etwas weit weg Ja, gespannt Was er tun wird Ob er links folgt und nach vorne stürmt Im einen behält er die Beherrschung und stürmt nicht Blackheart in den Rücken, während er auf dem Boden liegt Wäre ein interessantes Manöver gewesen Doch noch Ist die Union ihrem Namen etwas getreu und bildet eine Ja, einigermaßen Eine Einheit Silence auch wieder auf dem Feld Etwas nass die Robe von dem Schwamm, den er abbekommen hat Er hält sich jetzt aber auch offensichtlich fern von diesem Mosh Pit in der Mitte Ja, das ist eine Lektion die man auf die harte Teore lernen musste Mings auch schon wieder im Einsatz Über die Flanke kommt sie nun rein Lässt sie nicht unterkriegen Hat sie sich jetzt vielleicht ein leichteres Ziel ausgeguckt mit dem Vogel Ja, wenn sie sich da mal nicht täuscht Natürlich ist der Vogel ein leichtes Ziel, aber er steht ja nicht alleine dort Ja, vor allem steht er nicht auf dem Boden, sondern flattert durch die Luft Es wird ein bisschen schwieriger zu treffen Hoffen wir die Bute hat ein paar Wurfexte dabei Ich bin mir ganz sicher, dass Blackheart sehr gerne den Ball dort greifen würde, aber der noch ein bisschen behindert ist, dadurch dass er auf dem Boden liegt Ja, wie wir eingangs schon erwähnen, nicht die vorteilhafteste Position, um am Spiel teilzunehmen Und auch Decimate liegt noch im Pulk, im Mosh Pit Das ist eine beeindruckende Situation, ein beeindruckendes Spiel von Ghast dort im Mittelfeld Das kann man nicht anders sagen, den müssen wir auf dem Schirm haben Definitiv, ein sehr guter Spieler Sehr kontrolliert hier im Mittelfeld Hat auch fast im Alleingang sämtliche Juniorspieler aus der eigenen Hälfte ferngehalten Bis auf Mist, aber der ist nunmal auch schwer aufzuhalten Und ich denke, er wird genau da weitermachen Ja, wobei Die bisherige Aufgabe, die Gegner zu Boden zu schicken, momentan nicht von Nöten ist Da sie ja bereits auf dem Boden liegen Doch er greift nun Blackheart Zunächst die Initiative Aber ohne den Schwung Eventueller Fans oder des Spielverlaufes Ist es schwer hier Sich aufzurappeln Ja, er entscheidet sich dazu Er tut es Es dauert eine Weile Es kostet ihm Mühe Aber er steht auf Er steht auf Und wendet sich dann doch lieber dem Kampfe Und schickt nun seinerseits Bonesaw zu Boden Die Rache für das Für die unerwartete Ankunft Und wird hier noch mit ein paar Deftigen Hieben Verstärkt Ohja Den letzten Nützt er lieber Um sich noch ein bisschen zu positionieren Die Wege für den Bonesaw zu zu machen Vielleicht auch etwas Von Gerst zu entfernen Ja, aber gleichzeitig platziert er sich auch ein bisschen in den Weg von Rage Ja, die beiden könnten sich besser absprechen Ja Da knistert es Ja, der Rage tobt da hinten ein bisschen rum Aber Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten, ob sich ein neues Ziel ergeben wird Ob Blackheart in dem guten Rage den Ruhm einfach nicht gönnt? Das mag natürlich auch sein Man muckelt ja, dass Rage Sich auch schon ein Haustier besorgt hat Für so etwas hat er einen Sinn entwickelt? Ja, anscheinend Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet Galpel blickt zwischen Ball und Tor hin und her Aber stürmt dann Den Ball geschickt unterwegs mitnehmend auf Decimate zu Die liegt nach wie vor am Boden und ich fürchte das wird sie jetzt nicht mehr lange tun Sondern wird gleich rausgetragen werden müssen Selbst mit Ball am Fuß und freiem Weg zum Tor überkommt es Galpel Und sie rast auf ihren Widersacher zu Der Vorteil beim Fußball ist, man hat noch beide Hände frei Und mit ein paar geschickten Stichen Setzt sie da desto mehr zu Der Blick immer wieder zum Tor huschen Doch ich glaube, dass sie feststellen muss, es reicht noch nicht Auf diese Distanz ist sie nicht so sicher Vielleicht ist das auch ein wenig die Unerfahrenheit eines neuen Kapitäns Das Tor aus dem Auge zu verlieren im Affekt Vielleicht ist das eine Schwachstelle, die es für uns auszunutzen gilt in der nächsten Woche Mein eigenes Spiel mit meinen Alchemisten gegen die Totengräber Das liegt noch ein bisschen hin Ich habe vorher noch ein paar andere Um die ich mich kümmern müsste Aber da wird Decimate nun auch Aus dem Spiel Fachgeurte entsorgt Genau Und geschickt spielt sie noch Einen Ball zu Cosset herüber Direkt vor der Nase von Blackheart Das ist frech Das ist frech Gezielte Provokation Ala, guck mal was wir können und du nicht Wo er auch Cosset jetzt nicht die geschickteste am Ball ist Scheint er etwas Ratlos mit zu sein Aber scheinbar zahlt es sich für Blackheart aus Dass er sich Bonesaw angenommen hat Ich bin mir ziemlich sicher Ansonsten wäre der Pass zu Bonesaw gekommen Der ihn vermutlich auch verwertet hat Genau, und Bonesaw am Ball ist einfach auch eine Bedrohung ähnlich wie Mist Rage schätzt nun ab Ja aber Blackheart hat einfach da Auch für ihn den Weg zugemacht Tja was nun Rage Vielleicht stürzen wir uns auf den Vogel Ich glaube er sieht den Vogel Ne, da ist die Gruft noch im Weg Ich fürchte er wird sich Vielleicht doch den Blackheart annehmen Jedenfalls nimmt er die Füße in die Hand Ja Was ihn hintreibt Er eilt neben Blackheart Und beschimpft ihn aufs Übeste Und überhaupt noch irgendwas des Kampfes mitzukriegen stellt er sich dann da doch erstaunlich mutig Direkt vor Garst Ich glaube er möchte vielleicht da die Show stehen Ob ihm das gut bekommen wird Aber solche Fäden unter den Spielern Kann ein Team dann auch einfach viel kosten Immerhin stehen die beiden Recken jetzt Schulter an Schulter dort Ja die können zusammen untergehen Den Cosset nutzt die Gelegenheit Mit dem Ball Mit dem Ball stimmt sie nach vorne Oh Gott Das war aber ein böser Treffer Das Rage nach dem überhaupt noch steht ist erstaunlich Ach du dickes Ei Der Graves guckt aus kleiner Laune raus und ist am klatschen Hm Ja das war's dann auch Ja da muss Rage dann auch wieder Sich behandeln lassen und Wieder einmal direkt vor der Nase von Blackheart wird ein Pass gespielt Garst nimmt den Schwung und geht Richtung Tor Möchte etwa einen Torschuss wagen Oh da muss ich auch lange zurückdenken Hat Garst schon mal ein Tor geschossen? Hast du es erlebt? Mir wäre es nicht bekannt nein Ich habe noch nicht mal gesehen dass er den Ball überhaupt an den Füßen gehabt hätte Vielleicht ist das der neue Einfluss von Scalpel Ja Umstrukturierung, neue Rollenverteilung Garst der neue Stürmer Ja Bei uns war eher Der Mann für die Für die Flanke Ja die Schlange Muss da jetzt was tun Aber was kann man tun Jetzt muss die Union reagieren Sonst Sonst sieht es nicht gut aus Ja sie versucht da Den Garst zu irritieren Schwingt sich um den Ball Versucht es zumindest Ja sie versucht da definitiv an den Ball ranzukommen Garst versucht sie zur Seite zu schlagen doch es gelingt ihm nicht Schwingt sich um seine Beine Sie kriegt zwar einen Kratzer ab Aber es ist eher unbeeindruckend für sie Aber er versucht es trotzdem Er versucht den Torschuss Oh 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 Da ist die Spannung aber es klappt Der Torschuss gelingt Und das ist der Siegtreffer für die Morticians Noch ein kleines Siegtänzchen von Garst am Ende Und damit ist das Spiel entschieden Innerhalb unserer Liga geht es tatsächlich Auch etwas über 12 hinaus Es ist zwar Schluss wenn 12 Punkte erreicht werden Doch versuchen wir die Teams so ein bisschen anzuspornen Ein schönes Schlussspiel zu erreichen Indem sie auch ein bisschen mehr Punkte erreichen können Und so geht das Spiel hier 14 zu 6 für die Totengräber aus Ehre wem Ehre gebührt Garst Spieler des Spiels Definitiv Definitiv Also sehr aktiv am Spiel Hat komplett das Mittelfeld kontrolliert Und dann am Ende noch diesen knappen Aber schönen Siegtreffer erzielt Auch da Garst definitiv meine Wahl Für Spieler des Spiels Die Union nicht in wirklich guter Form Also von Anfang bis Ende Unstimmigkeiten Unsicherheiten Die Ballannahme doch eher bescheiden Das war mehr ein Stolpern des Balls durch die Reihen Statt einem gezielten Passspiel Und tatsächlich die Morticians hier von Anfang an doch recht stark Kontrollierend Ja, das sehe ich auch so Es fehlte die Koordination im Team der Union Die Genauigkeit im Passspiel Die Zusammenarbeit im Team Die Absprachen haben nicht funktioniert Ich fürchte nur Bis ich gegen die Union Spiele wird sie sicherlich daraus gelernt haben Ja, wir sind mal gespannt wie sie im Verlauf der weiteren Spiele dann sich vielleicht doch erholen wird Fangen wird, einen neuen Kurs einschlagen wird Ob vielleicht es Umstrukturierungen gibt Da sind wir mal gespannt drauf Insofern erstmal Das war das Spiel zwischen der Voodoo Lounge und Moneyball Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen Danke an den Trainer der Butchers Guild fürs mitkommentieren Und dann sind wir mal gespannt auf den nächsten Spieltagen mit weiteren spannenden Spielen Und da dann auf dem Programm meine Alchemisten gegen die Brewers Guild Auch da bin ich gespannt drauf Ja, Scotch & Dodge erneut wie aus dem ersten Spieltag Also da kennt man sie schon Also ich hoffe ich kenne sie Und bin mal gespannt was ich da anrichten kann Also, vielen Dank fürs zugucken, bis zum nächsten Mal Und da